Kids, jetzt kommt ein korrekter Spaß. Hammermäßig. Kann ja jeder sagen. Surf Ninjas. Die Story der abgebrochenen Zwerge, die aus ihrem Land vertrieben wurden. Von dieser üblen Blechhunde. Das ist aber nicht nett. Jetzt leben sie in L.A. Motorsurfen! Und leben wie im Dauerurlaub. Nein, nein, das ist nicht Omas Bügelbrett, liebe Ware. Das ist ein korrektes Surfbrett. Ein paar knallharte Ninjas machen ihnen klar, wie der Hase läuft. Diese Jungs gehen barfuß ins Bett. Vor Angst surfen sie nicht mehr, bis ein einäugiger Guru kommt. Eure Hoheit. Sie kehren in ihr Land zurück, um es zu retten. Und finden unter Klunkern dieses wunderschöne Mädchen. Wollen wir nicht mal zusammen eine Limo schütteln? Ihre Kampfmethoden sind eigenwillig. Aber wirkungsvoll und durchschlagend. Mini-Keule arbeitet mit Computern. Die anderen vertrauen auf herkömmliche Mittel. Was ist denn das für Stamm? Werfen, du Gurke, nicht träumen! Ich hab einen erwischt! Alle Zehnnägel sind kriegt! Alle Zehnnägel sind kriegt! Es ist ein ungleicher Kampf. Der manchmal auch nicht ganz fair ist. Ganz locker sind Ernie Reis Jr. Rob Snyder. Dieser begabte Mann trifft die Sushi-Fliege noch im Fluge. Tone Locke, ein bekannter UKW-Sänger. Soulbrother schafft nichts. Und Leslie Nielsen aus der nackten Kanone. Als Colonel Chief. Du schaffst nie wieder raus! In einem spritzigen Film von Neil Israel. Surf Ninjas. Ich mach's dir mal vor! Ah! Ich hab einen Krochen! Ist was Krochen?